Breath of Exile 2 steht vor der Tür Leute. Am 15. November wird es mit dem Early Access schon losgehen und wir möchten heute deshalb in diesem Video einfach mal einen groben Überblick wagen zu diesem Game. Ich habe es mit dem Beta-Test damals zusammengefasst nicht mehr als 30 Stunden gespielt, erwartet also kein Experten-Video oder sonstiges, sondern dieses Video möchte ich genau an solche Leute wie mich richten, die mit dem ersten Teil vielleicht noch nicht so warm geworden sind, aber neugierig eben auf Teil 2. Und aus dieser Perspektive wollen wir uns das Game heute im Video zusammen anschauen. Path of Exile 2 ist wie sein Vorgänger ein Hack-and-Slay-Game wie Diablo. Es wird aus der Top-Down-Perspektive gespielt. Es geht darum, Monster wegzuschnetzeln und ordentlich Loot zu sammeln, seinen Charakter extrem feindetailliert auszubauen. Und die Features, mit denen Path of Exile 2 auf seiner Webseite wirbt, ein großes Abenteuer zu bereisen. Es wird nämlich sechs neue Akte geben in diesem Game. Über den tödlichen Continent Ray-Class wird es gehen, wie im ersten Teil auch. Ihr trefft auf verschiedene Kulturen und kämpft gegen das Böse in seinen vielen Formen. Dann ein neues Kampferlebnis, das ein bisschen mehr in die Richtung auch Ausweichen geht von den Monsterangriffen. Das heißt, sich neu positionieren müssen und einfach das ein bisschen taktischer anzugehen. Also ihr stellt euch im Kampf verderbten Abscheulichkeiten, göttlichen Schöpfungen, setzt dabei besondere Kombinationen aus Fertigkeiten ein. Es wird 100 einzigartige Regionen geben in Path of Exile 2. Wie die ganz genau einzigartig gestaltet sein werden, bin ich mal gespannt darauf, wie sie das umsetzen. Auf jeden Fall wird es zu jeder Region auch einen einzigartigen Boss geben, der einzigartige Mechaniken mitbringt, die einzigartige Herausforderungen bieten sollen. Und drumherum tingeln sich an die 600 Monstertypen in diesem Spiel. Eines der großen Merkmale vom ersten Teil war ja bereits auch die intensive Ausbaumöglichkeit des eigenen Builds, vom eigenen Charakter. Und das wird auch im Path of Exile 2 so sein. Allerdings soll man ein bisschen einsteigerfreundlicher hier werden. Vielleicht nicht unbedingt, dass es sich vereinfacht hat alles, sondern dass man vielleicht ein bisschen mehr in die Hand genommen wird, ein bisschen besser eingeführt wird in das ganze Skillen von seinem extrem großen Skillbaum. Und da wird es neue Möglichkeiten geben, auch was das Sockelsystem angeht, wird es ein bisschen anders ausgebaut werden und einsteigerfreundlicher sein als im Vorgänger. Das heißt, wenn ihr auch schon in Path of Exile 1 reingeschaut habt und bisher gesagt habt, oh je, wie komme ich da rein? Dann könnte vielleicht Path of Exile 2 für euch jetzt eine ideale Gelegenheit sein, zumal es jetzt im Early Access halt entweder, wenn ihr schon 480 Dollar, glaube ich, rein investiert habt in Path of Exile 1 seit den letzten 10 Jahren oder noch mehr, ich weiß es gerade nicht mehr, dann bekommt ihr sowieso Zugang. Wenn ihr ein Content Creator seid, der angesagt ist, dann bekommt ihr direkt Zugang. Ansonsten wird der Early Access, glaube ich, 30 Euro kosten. Was den Early Access angeht, wird es demnächst aber auch noch einen Livestream von den Devs geben und da wird dann alles Mögliche dazu erklärt. Das heißt, wenn ihr den Early Access rein wollt, müsst ihr normalerweise ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber wenn das Spiel dann den vollen Release hat, ist es ein Free-to-Play-Game wie auch der erste Teil schon. Hier lässt sich vielleicht noch kurz sagen, dass der erste Teil auch schon eigentlich damit geglänzt hat, dass es ein sehr faires System war. Es heißt, es war kein Pay-to-Win in diesem Shop verfügbar, man konnte sich keinen Fortschritt kaufen oder irgendwelche krassen Booster und so weiter. Es hat sich alles sehr stark darauf beschränkt, dass man vor allem in Cosmetics investiert. Ich meine, wenn ihr euch in der Steam-Datenbank jetzt mal das hier vor Augen führt, wie sich das Game entwickelt hat seit Beginn, ist das doch eine ziemlich deutliche Ansage, in welche Richtung das geht und dass die Entwickler hier wohl einiges richtig machen. Gehen wir aber weiter zu den Klassen, die es in PathRex 2 geben wird. Hier seht ihr bereits in der Übersicht, dass es insgesamt zwölf Klassen sein werden. Allerdings sind auf der Webseite momentan nur acht abrufbar und ich denke mal, dass es ein Hinweis darauf, dass es beim Early Access auch nicht alle zwölf Spielen geben wird. Aber da werden wir bestimmt bald auch mehr erfahren, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das Video anschaut, wisst ihr jetzt schon genauer, was euch im Early Access erwartet. Auf jeden Fall haben wir den Krieger in Path of Exile 2, wie auch schon davor, eher in Richtung diesem Marauder eben. Dann haben wir Waldläuferin, wir haben die Jägerin. Ihr seht auch hier, der Schwerpunkt ist jetzt hier Richtung, natürlich Waldläuferin, Bogen, mit dem Bogen unterwegs, hier der Krieger im Nahkampf natürlich. Was hätte man erwartet? Die Jägerin ist hauptsächlich mit dem Speer unterwegs, soweit ich das bisher mitbekommen habe. Aber die Zauberin, was erwartet man? Sie cast natürlich, sie hat Spells dabei und hier Feuer und Blitz. Zauber werden vor allem gewirkt. Der Söldner rockt die Armbrust und hat hier auch ein sehr cooles System dabei, wie der gespielt werden kann, mit Modifications für die Armbrust und dann explosive Sachen schießen zu können. Eispfeile schießen zu können, so Frostwände aufzubauen und so weiter. Also sehr coole Eigenheiten für jede Klasse, die es da geben wird. Der Mönch, ich glaube, der macht sehr viel mit dem Stab, mit dem er unterwegs ist, viel im Nahkampf eben auch und Martial Arts in die Richtung. Dann der Druide, natürlich Gestaltwandler, aber auch mit den Kräften der Natur unterwegs und hier noch die Hexe. Daneben wird noch ein Templer kommen und drei andere Klassen, die wir jetzt momentan hier noch nicht auf dem Schirm haben. Wir haben dann summa summarum wieder, also insgesamt dann zwölf Klassen werden es sein und jede einzelne Klasse kann sich dann noch in drei Richtungen weiterentwickeln. Das heißt, wir haben insgesamt eigentlich 36 Wege, die wir im Endeffekt gehen können mit diesen Klassen. Das heißt, reichlich Auswahl. Für jeden sollte hier irgendwo was dabei sein. Eine Charakterstellung gibt es meines Wissens nicht für diese Klassen. Es ist ein Genderlog, soweit ich das sehe. Das heißt, Zauberin ist Zauberin, da gibt es kein Zauberer und bei der Waldläuferin gibt es auch keinen Waldläufer. Das heißt, diese Klassen, wie ihr seht, sind so, wie sie dargestellt werden, in der männlichen, weiblichen und sonstigen Form, wie auch immer. Und so sieht es momentan aus. Was Path of Exiles 2 auch wieder richtig toll machen wird, wahrscheinlich wie schon der Vorgänger eben auch, sind die Fertigkeiten-Gamme, die man einbauen kann in seine Ausrüstung. Und hier wird es für jede Fertigkeiten-Gamme fünf Unterstützungs-Gamme geben, die diese Fertigkeiten weiter modifizieren. Das heißt, man rüstet seine Skills aus, indem man diese Gamme in sein Gear einbaut. Dadurch kriegt man den Skill und mit diesen Unterstützungs-Gamme, die man dann auch slottet, kann man dann diese Skills weiter verändern in eine Richtung, die zum eigenen Spielstil passt. Und so hat man wirklich sehr viele Anpassungsmöglichkeiten, wie auch schon beim ersten Teil, um einfach die eigene Klasse letztendlich fein zu tunen. Was Path of Exiles 2 auch nochmal richtig cool macht, ist der passive Fertigkeitenbaum, der jetzt eine duale Spezialisierung ermöglicht. Soweit ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, ist es, wenn man ja an seinen Waffen, zwei Waffen hin und her wechselt und mit einer Waffe zum Beispiel auch einen anderen Spielstil verbindet, dann hat man die Möglichkeit, durch den Waffenwechsel auch diesen passiven Baum zu wechseln. Es heißt, nur mit einem Knopfdruck durch den Waffenwechsel switcht sich auch der passive Skilltree und somit hat man dann wirklich die Ausbaufähigkeit auf die andere Waffe in einen anderen Spielstil rein, weshalb man dann eben im Kampf einfach innerhalb von Millisekunden in der Lage ist zu sagen, hey, ich möchte jetzt aber kurz das hier machen, weil ich auf die Monster so und so reagieren möchte. Und das wird wahrscheinlich ein sehr flexibles Gameplay-Erlebnis bieten, einfach weil man in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann mit nur einem Knopfdruck und sich an Situationen anpassen kann, wie wahrscheinlich in noch keinem anderen Hack-and-Slay-Game bisher zuvor. Dann haben wir ein tiefgreifendes Ausrüstungssystem, also hunderte von Ausrüstungsbasistypen. Hier wird mal so das Inventar einfach gezeigt, was ihr alles ausrüsten könnt. Ihr könnt auch wieder so Heiltränke finden und so weiter in unterschiedlichen Größen und so weiter. Aber es wird auch Uniques geben, wie das hier. Das seht ihr natürlich an der Farbe wieder und ihr könnt dann ja hier einfach weiter drauf aufbauen und euren Charakter weiter individualisieren. Und dann wird hier auf der Webseite noch was zum Endgame gesagt, nämlich ihr erhaltet nach Abschluss der Kampagne mit den sechs Akten Zugang zum Endgame. Jede der über 100 Endgame-Karten hat ihren eigenen Bosskampf und Modifikatoren, die viel überarbeitete Elemente aus vergangenen Ligen von Path of Exile zurückbringen. Wir werden weitere Details zu den Überraschungen, die euch in Path of Exile 2 erwarten, noch vor der Veröffentlichung enthüllen. Was die Webseite uns so zu erzählen hatte, haben wir jetzt also auch durch. Im Hintergrund seht ihr jetzt wahrscheinlich noch Gameplay von mir und ich werde euch noch einige weitere Details zum Spiel verraten. Unter anderem eben auch, wenn ihr bisher mit Path of Exile 1 noch nicht so viel anfangen konntet, warum könnte Path of Exile 2 was für euch sein? Let's go! Ihr könnt Path of Exile 2 solo zocken, wenn ihr möchtet, also einfach nur allein unterwegs sein. Oder ihr könnt in einer Gruppe unterwegs sein, die aus bis zu sechs Spielern bestehen kann. Das heißt, wieder ein herrliches Geschnetzel auf dem Bildschirm mit einigen Buddies und Leuten dabei, einfach damit es richtig rauscht und rumst auf dem Bildschirm. Bin ich gespannt, wie das ist, mit einer vollen Gruppe hier durchzumetzeln. Beim Kampfsystem sind wir, wie gesagt, ein bisschen nicht mehr so einfach nur durchrauschen, sondern auch auf Monsterangriffe zu reagieren. Die Ausweichrolle lässt sich spammen anscheinend in dem Game. Optional auch die Möglichkeit, ein WASD-Movement zu zocken in dem Game. Das heißt, es bietet sich nicht nur für die Verkampfklassen an, wie zum Beispiel den Söldner, dass man hier mit WASD unterwegs ist und währenddessen ballert. Also man kann auch die Skills zünden, während man in Bewegung ist. Ich glaube, bei den meisten Skills wird es so sein. Und sie haben bereits betont, dass man das WASD-Movement bei jeder Klasse einstellen kann und auf OK setzt, wenn man darauf Bock hat. Es wird natürlich eine Controller-Unterstützung geben, denn es kommt auch auf PlayStation 5 und Xbox Series XS raus. Das heißt, Controller ist dann eigentlich fast schon selbstverständlich. Wie soll es denn auch meistens sonst gehen? Wer Path of Exile 1 früher nicht gespielt hat, weil es zum Beispiel keine deutsche Vertonung gegeben hat, der wird wahrscheinlich bei Path of Exile 2 jetzt sich auch nicht mehr freuen können, denn es wird meines Wissens keine deutsche Vertonung geben, aber der ganze Text und das Interface wird es in deutscher Sprache geben. Als wir jetzt kurz über die Plattformen geredet haben, also Xbox Series XS, PlayStation 5 und PC, hier wird es plattformübergreifenden Progress geben. Hier wird es übrigens auch einen lokalen Koop-Modus geben. Das heißt, ihr könnt zu zweit einer Konsole gemeinsam auf einem Bildschirm zocken, wenn ihr darauf Bock habt und es gab ja auch bei Diablo 4, soweit ich mich erinnere, einige, die dann gesagt haben, hey, cool, dass das dabei ist. Also in Path of Exile 2 geht das dann. Crossplay ist übrigens mit von der Partie. Wenn ihr den ersten Teil bisher gemieden habt, weil ihr zum Beispiel sagtet, hey, die Animation und so weiter, das ist alles schon mittlerweile ein bisschen altbacken, auch wenn es natürlich besser aussieht als Diablo 2 zum Beispiel in seiner Form, als das damals ein Thema war, dann könnt ihr euch jetzt natürlich freuen. Im Gameplay habt ihr das bestimmt schon gesehen. Die Animationen sehen viel feiner aus, die ganzen Bewegungen, die ganze Grafik sieht um einiges besser aus als in Path of Exile 1. Wer also hauptsächlich aus visuellen Gründen bisher Abstand genommen hat von Path of Exile, wird mit dem zweiten Teil natürlich ein Riesenargument haben zu sagen, hey, okay, jetzt gucke ich da mal rein, weil es sieht deutlich schöner aus. Und ja, alles in allem muss man eigentlich sagen, also wenn es darum geht, bisher kein Path of Exile 1 gespielt und jetzt Path of Exile 2, warum ist das jetzt interessant für einige wie auch für mich? Weil die Zugänglichkeit einfach in vielen Aspekten verbessert werden möchte. Heißt zum Beispiel bei der Story einfach eine bessere Struktur drin, beim Charakterfortschritt eine bessere Struktur drin, wie man den Charakter aufbaut, ist eine bessere Struktur drin, dass man einfach einfacher reinkommen soll in diese ganzen Systeme und sich besser durch das Spiel geführt fühlt, anstatt einfach reingeworfen und dann irgendwie verwirrt, weil einfach zu viel los ist mittlerweile im Teil 1. Hier könnte man mit Path of Exile 2 nochmal einen schönen neuen Start von Grund auf haben, der so entwickelt wurde, dass man die Einsteigerfreundlichkeit einfach bereits im Hinterkopf hatte und dann sagt, ich möchte oder sie möchten, also Grinding Gear Games möchten auch die Spieler mit auf die Reise nehmen, die vielleicht beim ersten Teil bisher zurückgeschreckt sind und jetzt einfach mit diesem zweiten Teil die Möglichkeit haben, einen geschmeidigen schönen Einstieg in dieses Game zu haben. Und hier bin ich einfach auch persönlich sehr gespannt drauf, ob das Spiel es schafft, mich dann mitzunehmen und zu begeistern für diese Systeme, die das Game hat. Wie gesagt, Teil 1 habe ich gezockt, aber ich bin nicht so krass damit warm geworden, aus welchem Grund auch immer. Ich kann es euch nicht sagen, aber deshalb freue ich mich einfach auf den zweiten Teil, da einen Neustart sozusagen, zu versuchen, in diesem Game Freude und Begeisterung zu finden. Wie sieht es aus, Leute? Seid ihr am 15. November schon dabei? Lasst es mich natürlich gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich werde die paar Euro in die Hand nehmen und diesen Neueinstieg einfach in das Game wagen, einfach weil ich eigentlich so gut wie jedes Hack-and-Slay-Game gezockt habe, zumindest angezockt habe, was es auf dem Markt gibt und immer auf der Suche war nach einem Game, einfach was für mich an Diablo 2 anschließt und dieselbe Begeisterung in mir wecken kann, wie Diablo 2 es damals zu Release-Zeiten getan hat, wo ich wirklich unglaublich viele Stunden drin versenkt habe und so viel Freude und Zeit einfach mit drin hatte in diesem Game und bisher hat es kein Hack-and-Slay-Game mehr so wirklich geschafft, genau diese Freude und diesen Reize mehr aufzubringen und ich bin einfach gespannt, ob Path of Exile 2 das vielleicht schaffen kann bei mir in diesem Sinne. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Dann sehen wir uns wieder. Macht's gut und ciao.